Willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt haben wir ja ordentlich was zu tun, meine Fresse. Vorratsbesorgung. Können wir erstmal hinfahren. Schicksal Deltasquad. SP, irgendwas sagte mir. Oh, wo hatten wir die schonmal? War das nicht die, die mit den Satelliten irgendwie so gut klar kam? Hm. Das war's. Das war's. Das war's. Reloading. Time to start looking, I guess. Nobody here but us. Oh, I hope on Baumaterial. Nice. Nice. So, now fangen wir weiter. Nice. Good job. Lovely. Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, wieso kommen denn jetzt auf einmal hier so viele? Meine Fresse, ey! Zeig doch, Satellienschüsse! Ja! 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 Let me explain what you're gonna be doing. I just need you to drive to a couple of locations and read messages over the radio. I'm not so sure about this. Uh, no, seriously, that's basically it. But if you do it right, we're gonna be rich. All the supplies you ever wanted. So, what do you think? Where are the Cleo-Dinger, ey? Kartenstapel in Stapel. USGS-Karten mit Linien, Kreisen, Zeichenketten und Zahlen. Damit scheint jemand Funkübertragung und Luftvorratslieferungen... ... ... ... ... ... ... ... Damit scheint jemand die Funkübertragung und die Luftvorratslieferung in mehreren Bezücken oder sogar Staaten verwirkt zu haben. Bereit? Die Augen werden öffnen. Na gut. Du bist wirklich preis. Alles klar, lass mich wissen, wann du das erste Ort zu erreichen hast. Schluss und Schluss. Wo müssen wir eigentlich hin? Na, hier oben. Ist ja zum Glück nicht allzu weit. Das ist gut, das brauchen wir glaube ich für Munitionsherstellung. Okay. Wo wurde ich endlich verletzt? Sag mal. Schrauben. Yay. Okay. Gucken wir erstmal, was noch in den anderen Schränken ist. Vielleicht können wir irgendwas decken. Gipsherstellung Set. Achja, kann ich ja nicht. Mit dem. Das ist interessant. Gut. Gut. Jurassic Junction, das ist Dr. Hoffmann. Gipsherstellung. Ich habe etwas wichtiges, um dir zu zeigen. Gute mich in Marshall. Gute mich in Marshall. Gute mich hier auf jeden Fall. Gute mich hier auf jeden Fall. Gute mich hier auf jeden Fall. Ahja. Ob ich da später dann eine Blowpawze oder sowas für kriege und die selber herstellen muss? Vielleicht kommt der Dr. Hoffmann auch nochmal in Team rein. So. Das ist schon ziemlich mal. Ach scheiße. Ähm. Ich pot erst mal nischt aus. Eieiei. Wieso? Stehen sie über dem Weg rum. Die Tanke ist das also. Ich bin auf der ersten Seite. Was ist die Situation? Die Situation ist, das ganze Ort ist infectiert. Du musst ihn wegschrauben. Wir müssen ihn wegschrauben. Es ist ein Signal. Das Cloud ist pure Poison. Wenn ich mal den anderen sehen würde. Der liegt da noch, okay. Ich hoffe, die Tür ist offen. Interessant, wie die dann aussehen, ey. Okay. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Kletter das Dach? Achso. Hey, you all right? You still got that message I gave you? Yeah, I'm all right. I really have to read this out loud? It's for science, babe. Just read it. Hold the newsreaders' nose squarely, waiter. Or friendly milk will countermand my trousers. That's it. One down, one to go. Get out there, tiger. Und der Aussichtspunkt, ne? Blöd ist das, die K... There's big stuff going on outside this little valley, you know. Things that most people have no clue about. I'm not so sure about this. Blöd ist, dass die Karte schon fast im Eimer ist. Ah, ich hab ja hofft, dass ein Tool geht drin. Ah, ich hab ja hofft, dass ein Tool geht drin. Ah, ich hab ja hofft, wenn ich noch nicht. Ah! 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 Ich bin noch nicht tot, dasselbe ich noch nicht. Überraschung, überraschung. Okay, same deal as before. Kill the Zeds, then make the broadcast. This is a bad idea. You know, this makes me feel like an idiot. Come on, don't work out on me now. Read it. What is this that roareth thus? Can it be the motor bus? Terrible motorbike must translate. Continue calls for clam bake. And now we wait. Order derived. Kilo, Angel, 22, Mike. Holy crap, it worked. Go to the third site. Hurry. Ah, zack. Oh, nee, ein Freak. Das war wichtig. Lass mich raten, jetzt müssen wir auf diesem... Wir müssen auf dem Berg... Nee, doch nicht. Hold on a second. What was that weird voice I just heard? That was Cleo. Nobody's exactly sure what she is. I mean, nobody but me. And I started hearing her broadcast not long after the outbreak. It took me a while to get the right gear to pull off this trick. And if it actually worked, I just discovered the key to infinite supplies. Would you look at that? My friend, you are looking at a genuine precision targeted Cleo. I don't want to get the right gear to get the right gear. So, do you still think I'm some crazy weirdo? Hahaha. I think we're building a good community here. Good deal. Thanks. Time to reload. Time to reload. Alter. Alter. Ah. I should reload. Uiuiuiui. Gut. Machen wir dieser Stelle erstmal einen Päuschen in Spitze. Bedanke mich. Bis denner.